Es spricht Gerhard Merzschenk. Liebe Anwesende, vor einer Woche fanden in Lateinamerika zwei wichtige Wahlen statt. Zum einen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Chile und zum anderen Regionalwahlen in Venezuela. Die Wahlen in Chile brachten eine große Ernüchterung für all die Organisationen und Bewegungen, die seit 2019 rebellierten und die Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung erreichten, die die geltende Verfassung aus Pinochet-Zeiten ablösen soll. Ausgerechnet der rechtsextreme Verteidiger der blutigen Pinochet-Diktatur, José Antonio Cast, erhielt mit 28% mehr Stimmen als der linke Reformpolitiker Gabriel Boric auf den 25% empfiehlen. Beide ziehen nun in die Stichwahl am 19. Dezember ein. Dieser Wahlausgang zeigt, dass die herrschende rechte Elite offensiv gegen die angestrebten gesellschaftlichen Veränderungen vorgeht und die sogenannte schweigende Mehrheit mobilisiert, um das neoliberale System aufrechtzuerhalten. Das sollte man nüchtern zur Kenntnis nehmen und keine Illusionen haben. Dieses Wahlergebnis ist ein Warnschuss vor dem Bug, dass sich alle fortschrittlichen Kräfte links von den ausgesprochenen rechten Parteien zusammenschließen müssen, um einen Wahlsieg dieses faschistoiden Politikers zu verhindern. Es wird eine Wahl zwischen Barbarei und Demokratie sein. Mit einem ultra-rechten Präsidenten wäre die Umsetzung der angestrebten neuen, anti-neoliberalen Verfassung äußerst schwierig. Im Kongress haben die traditionellen Rechte und die Parteien der Konzertation zwar federn lassen müssen, während die Linke an Gewicht gewonnen hat, aber im Senat herrscht weiterhin eine rechte Mehrheit. Die chilenischen Wähler müssen aufpassen, dass ihnen die Währen des Volksaufstandes in den vergangenen zwei Jahren erreichten Fortschritte nicht auf kalten Wege wieder weggenommen werden. Die Regionalwahlen in Venezuela, bei denen die Gouverneure der 23 Bundesstaaten und Bürgermeister gewählt wurden, waren ein großer Erfolg für die regierende Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas PSUV. Zum ersten Mal seit Jahren nahm der größte Teil der Opposition wieder an den Wahlen teil. Nur ein extrem kleiner, radikaler Sektor, wie der vom selbsternannten Präsidenten Juan Guaidó, blieb ihnen fern. Diese Teilnahme zeugt von einem radikalen Strategiewandel, denn bisher hatte man eine Teilnahme erst nach einem Rücktritt von Maduro in Aussicht gestellt. Da die Anstrengungen, Maduro zu stürzen, jedoch erfolglos blieben, versucht man nun durch die Teilnahme an den Wahlen, sich wieder ins demokratische Spiel einzubringen, um nicht restlos in der Isolation zu verschwinden. Die regierende PSUV holte 20 der 23 Gouverneursposten für sich, die Opposition die anderen drei. Von den 335 Bürgermeisterposten errangt der große patriotische Pool mit der PSUV, da drin 215 Bürgermeister, zuvor hatten sie allerdings 300. 59 gingen an den oppositionellen Tisch der demokratischen Einheit MUD, 37 an die demokratische Allianz, 21 an andere Parteien, einige Entscheidungen stehen noch aus. Um zu erwartender westlicher Kritik an den Wahlen als undemokratisch und intransparent vorzubeugen, waren mehrere hundert internationale Wahlbeobachter eingeladen worden. Selbst die Europäische Union entsandte 127 nach Venezuela, um die Rechte der Opposition abzusichern, wie es hieß. Alle Wahlbeobachter bestätigten einen fairen Ablauf der Wahl. Auch die EU-Wahlbeobachter, die dann allerdings an einer angeblichen mangelhaften Unabhängigkeit der Justiz herummäkelten, aber auch die demokratische Zusammensetzung des Wahlrates anerkannten. Nur die USA und Kanada erklärten schon vorab, dass die Wahlen nicht frei und demokratisch wären und deshalb nicht anerkannt werden. Spanien und Großbritannien zogen in dem Sinne nach. Die internationalen Wahlbeobachter hätten bei den Wahlen zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus hier in Berlin viel mehr zu tun gehabt. In 10% der Wahllokale kam es zu Unregelmäßigkeiten wie falsche oder fehlende Stimmzettel, unberechtigte Vergabe von Wahlzetteln an nicht wahlberechtigte, Stimmenabgabe noch nach allgemeiner Schließung der Wahllokale als schon erste Hochrechnungen vorlagen, nach denen die Stimmenabgabe sich ändern könnte, um Tendenzen zu ändern. Nur ein Bruchteil dieser Vorkommnisse hätte westlichen Wahlbeobachter ausgereicht, um Wahlen in Bolivien, Venezuela und Kuba sofort als Gefällszubrand marken und für ungültig zu erklären, wie es 2019 in Bolivien gemacht wurde, um einen Putsch gegen die Regierung auszulösen. Aber in Berlin waren lediglich vier internationale Wahlbeobachter anwesend, die von all diesen Vorgängen nichts mitbekommen. Es handelte sich ja um ein demokratisches Land der sogenannten Ersten Welt, wo alles a priori ordentlich abläuft. Aber bei diesen unterentwickelten primitiven Ländern, die nicht in der Lage sind, demokratische Wahlen abzuhalten und wo Ergebnisse zu erwarten sind, die den herrschenden Mächtigen in der Welt nicht passen, da muss natürlich aufgepasst werden, dass nur Ergebnisse anerkannt werden, die den Mächtigen zugutekommen oder unerwünschte Ergebnisse zu verhindern. Diese Praxis, internationale Wahlbeobachter in Länder der sogenannten Dritten Welt zu schicken, zeugt von kolonialistischem Verhalten der ehemaligen Kolonialländer und letztlich von rassistischer Arroganz. Diese Überheblichkeit gegenüber den Ländern der sogenannten Dritten Welt zeigt sich auch an anderer Stelle, vor allem wenn diese Länder einen antiimperialistischen oder sogar einen sozialistischen Kurs einschlagen. Ein Beispiel dafür ist die Berichterstattung hinsichtlich der Corona-Pandemie. In Deutschland liegt die 7-Tage-Inzidenz jetzt bei 444. In Kuba liegt sie landesweit bei 15 und in 7 der 15 Prozent unter 10. In der BRD gab es 67.125 Neuinfektionen, in Kuba 186. Wenn man die Bevölkerungszahl ins Verhältnis setzt, wären es 1400, das heißt 50 mal weniger als bei uns. Während bei uns in den letzten Tagen mehr als 300 Patienten täglich starben, waren es in Kuba zwischen 0 und 3 Tote. Die Letalitätsrate, also die Todesrate, insgesamt beträgt hierzulande 1,8 Prozent, in Kuba 0,86, also weniger als die Hälfte. Woran liegt das? Diese positive Entwicklung ist auf die hohe Impfrate zurückzuführen in Kuba. Von 11.317.000 Einwohnern sind 10.142.000 erst geimpft. Das entspricht 89,62 Prozent. Vollständig geimpft sind 80,53 Prozent. Und das trotz 60-jähriger Blockade seitens der USA mit selbstentwickelten Impfstoffen wie Soberana, Abdala oder Mambisa. Geimpft worden sind Personen ab zwei Jahre, also auch Kinder. Dazu sagte Professor Esteves von der Universität Havanna. Diese hohe Impfquote erklärt sich durch das Vertrauen, das die Kubaner durch jahrzehntelange Erfahrungen mit dem öffentlichen Gesundheitswesen haben. Dieses gesellschaftliche Bewusstsein ersetzt eine Impfpflicht. Im öffentlichen Gesundheitswesen Kubas steht die Gesundheit im Mittelpunkt, während hierzulande an erster Stelle der Profit steht, den man durch Impfstoffe und Medikamente erzielen kann. Die westlichen Medien und natürlich besonders die deutschen sogenannten Qualitätsmedien nehmen deshalb den Erfolg Kubas kaum zur Kenntnis. Lieber zieht man Vergleiche mit Israel oder dem Parfizikstaat Palau. Diese konzernhörigen Medien haben absolut kein Interesse daran, diese kubanischen Erfahrungen zu verbreiten. Die niedrigere Impfquote hierzulande erklärt sich auch durch das fehlende Vertrauen in das weitgehend privatisierte Gesundheitswesen. Oft weiß man nicht, ob ärztliche Empfehlungen und Maßnahmen wirklich medizinisch begründet sind oder ob sie nicht aus finanziellen Erwägungen heraus erfolgen. Nur ein öffentliches Gesundheitssystem, das sich an den Erfordernissen der Patienten und nicht an der Profitgier privater Unternehmen ausrichtet, kann Vertrauen bei der Bevölkerung erwecken. Das mit menschenfeindlichen und völkerrechtswidrigen USA-Sanktionen malträtierte sozialistische Entwicklungsland Kuba belegt mit 8,19 Ärzten auf 1000 Einwohnern den ersten Rang weltweit. Das reiche Industrieland Deutschland mit 4,33 Ärzten pro 1000 Einwohner findet sich auf Rang 12 wieder. Gibt es noch einen besseren Beweis dafür, welcher Staat in wessen Interesse handelt, wo die Gesundheit des Menschen im Mittelpunkt steht und wo die Profitinteressen der Pharmakonzerne Vorrang haben? Eben, weil diese Profitinteressen der Konzerne im Mittelpunkt stehen, ist die Bundesrepublik und der Kanzlerin Angela Merkel strikt gegen die Lizenzfreigabe von Covid-Impfstoffen, damit auch in ärmeren Ländern massenweise geimpft werden könnte. Da zeigt sich wieder einmal das wahre Gesicht, die hässliche, menschenverachtende Maske, Frasze des Kapitalismus. Auch aus diesem Grunde bleiben wir dabei. Weg mit der politischen, wirtschaftlichen und medialen Blockade Kuvas. Hände weg von Venezuela. Solidarität mit den fortschrittlichen Kräften in Nicaragua, Ecuador, Chile und anderen lateinamerikanischen Ländern. Vence Remus. Der Sieg wird unser sein.